Lampuki-Sign Gaming ist hier, Teil 2 mit Destruction All-Stars, Playstation Plus Spiel im Monat Februar. Uns bleiben noch zwei Spielmodi übrig und zwar müssen wir noch spielen Gridfall und Stockpile, richtig? Äh, Zahnräder, Bunkere... Äh, ne, pass auf, Stockpile haben wir auf jeden Fall noch zu spielen und was haben wir noch gespielt? Machen wir mal auf jeden Fall. Carnado, greife Gegner an, verdiene Zahnräder... Komm, wir machen erstmal Stockpile, ne? Greife Gegner an, sammle Zahnräder und deponiere sie, um die Banken zu kontrollieren. Erreiche das Maximum bei allen drei Banken oder besitze bei Zeitablauf die meisten Banken, um zu gewinnen. Barcelona, leicht, let's go, wir nehmen wieder El Fuego. Okay, mal schauen, was uns hier erwartet. Erstmal müssen wir uns wieder ein Fahrzeug schnappen. Oha, schrotten und K.O. bei Rivalen erzeugen Zahnräder. Zahnräder sammelst du nur zu Fuß. Oh, okay, gut zu wissen. Steht zum Deponieren auf Banken. Okay. Deponiere zum Bankbesitz mehrere Zahnräder als Rivalen. Ja. Fülle deine Bank zum Maximum komplett auf. Maximiere alle Banken zum Siegen das Team, das bei Ablauf der Zeit die meisten Banken bis gewinnt. Splitter füllen deine Breaker. Ja, okay, das kennen wir, das ist hier, ne? Äh, wir sind Team... Sind wir die Blauen? Ich hab... Also wir müssen erstmal... Erstmal müssen... Ja, wir sind die Blauen, okay. Alles klar, wir sind ein Team. Und wir müssen erstmal... Oha. Wir müssen erstmal die anderen zerstören. Und dann... holen wir uns deren Zahnräder. Wollen Treffer? Ohohoho, shit, shit, shit. Okay, also wir können bedenkenlos unser Fahrzeug kaputt fahren, denn zu Fuß können wir nur die Zahnräder einsammeln. Wir haben wie lange Zeit? Dreieinhalb Minuten noch? Shit. Der ist nicht mehr... Der... Äh, fuck. Wir tun uns jetzt wahrscheinlich hier gegenseitig keinen Gefallen. Ich höre den kaputt. Ah, nein. Hör mal hier. Ah, fuck you, den eigenen... Da ist er, jetzt ist er zerstört worden, okay. Jemand muss diese... Ähm... Diese Dinge einsammeln. Ich mache das nicht. Ich fahre... Ich habe noch fünf Lebenspunkte. Ein Fahrzeug ist gleich... Oh, schreit. Ah, fuck, jetzt. Jetzt ist die Frage. Guck mal, hier liegen Zahnräder rum. Ey, wieso können wir die nicht einsammeln? Ah, fuck, das sind die Falschen. Das sind die unsere. Scheiße. Okay. Wir können nur die blauen einsammeln. Komm, wir lassen mal ein Fahrzeug nehmen. Ah, nee, wir können nur oben drauf, okay. Das ist mein. Jawohl. Shit, die roten können nur die Gegner einsammeln. Wir müssen die blauen... Ah, da. Weg hier. Shit, wir haben ein fucking Fahrzeug übernommen. Ich habe noch kein einziges Zahnrad... Oh, ah, shit. Den hätte ich gerne gerammt. Kein einziges Zahnrad gesammelt, bis das scheiß Auto zieht. Nach links, aber extrem. Es fehlen da irgendwelche Reifen. Ah, das ist ein Boost. Okay, jetzt habe ich das... Mit dem rechten Stick. Auch nice, das mal rauszufinden. Oh, den eigenen habe ich, glaube ich. Beide Hinterräder fehlen. Mucho gusto. Sehr schön. Ah, shit, schon wieder kaputt. Komm, lass uns hier rein in das Fahrzeug. Und jetzt hier in die Masse rein mit so einem Boost. Shit, naja, das war nicht gut. Haben wir... R1, was können wir mit R1 machen? Bäm! Das war eine geile Eliminierung. Jetzt müssen wir theoretisch hier raus aus unserem Fahrzeug. Den Shit hier einsammeln. Aber wir können immer nur drei einsammeln, oder was? Hier auf einmal. Warum halten die Autos immer an einem Punkt an? Okay, wir haben nochmal ein bisschen was gemacht. Wir haben nur noch eine Minute. Haben wir noch ein Fahrzeug? Shit, das gehört jemand, oder? Wir können hier nicht rein. Warum nicht? Eine Sekunde. Das ist blockiert. Das ist kaputt. Shit. Dass die Dinger hier können, habe ich immer noch keine Ahnung. Komm, wir brauchen ein Fahrzeug, Leute. Da vorne ist eins. Wir haben noch 25 Sekunden. Gleich mal Vollgas geben. Schubrakete. Mal reinbrettern hier in die Masse. Okay, zack. Shit, jetzt haben die... Das rote oder orange Team hat jetzt hier... Nochmal ein bisschen... Jetzt haben wir es gleich... Ne, 9, 4. Ist nicht gut. Wir werden das verlieren. Wir haben gewonnen. Warum das denn? Weil wir zwei von diesen Punkten hatten. Oh, was muss da? Okay. Oh, jetzt habe ich... Ah, jetzt habe ich... Ding zu schnell weggedrückt. Okay, egal. Jetzt versuchen wir noch den letzten Spielmodus. Das da wäre... Ah, shit. Ich habe es vergessen, ne? Der Start Gridfall haben wir schon gemacht. Okay, dann fehlt noch Carnado. Greife Gegner an, um Zahnräder zu verdienen. Und bunkere sie in deinem Fahrzeug und Punkte zu sammeln. Detoniere und dominiere. Las Vegas Crash Bowl leicht. Ich denke, da haben wir alle vier Arcade... äh... Spielmodi durch. Da haben wir einen guten Eindruck, worum es bei dem Spiel geht. Bisschen eine kurzweilige Action, aber... Ja, mehr ist es für mich jetzt auch nicht. All right, dann geht's wieder ans Zahnräder verdienen. Wir sind wieder im Team, oder? Römpel, Treffer, Schrotten, K.O. Ausweichen, Übernahme bringen Zahnräder. Du kannst einige Zahnräder zu Fuß tragen, aber mehr in einem Fahrzeug. Fahre in den Motornado, um Zahnräder in Punkte umzuwandeln. Übernimm gegnerische Fahrzeuge und hol dir ihre Zahnräder. Bei Ablauf der Zeit gewinnt die höchste Punktzahl. Okay, ich glaube, das ist jetzt wieder Free for All. Jeder gegen jeden und sind wir im Team unterwegs. Oh, wir haben den ersten Treffer kassiert. Nee, der Team. Okay, was sind wir, Team? 50 Punkte. Was für ein Team sind wir? Team Blau schon wieder, oder? 5 Punkte. Ah, ich hab 5 Punkte gesammelt. Okay, okay, jetzt hab ich verstanden. Okay, alles klar. All right. Ah, shit. Oh, fuck. Ah, nee. Ah, wenn wir hier reinfahren, die Punkte abgeben, dann zerstört sich unser Auto. Wir brauchen ein Fahrzeug. Wir brauchen ein Fahrzeug. Können wir eins übernehmen? Shit. Komm schon. Komm, komm, komm. Oh, come on. Shit. Da hinten ist ein Auto. Weck von den Autos an den anderen, dass wir nicht kaputt gefahren werden. Wir brauchen den hier. El fuego ist der wieder im Sattel. Nee, ah, nein. Scheiße. Ah, fuck. Es wird so eine kleine Bullet Timer, so eine Verlangsamung der Zeit. Ähm. Wenn wir uns einem Gegner nähern, mit einem Superspeed, gucken wir mal. Jo, 15 Punkte, Alter. Geiler Scheiß, okay. Okay, dieser Pfeil links ist auf jeden Fall der Boost. Ein bisschen versuchen wir noch, oder? Wir versuchen noch eins zu kriegen. Oh, shit. Ja, 30 Punkte erreicht. Jetzt müssen wir rein in diesen Tornado. Ah, nein. Bam. 35 Punkte, Platz 3. Oh, das ist ein Fahrzeug. Wie lange haben wir noch? Zwei Minuten, okay. Ah, hey. Oh, shit. Alter. Okay, okay, okay. Oh, weg hier. Nein. Ah. Punkt, Punkt, der erreicht. Okay. Schaden. Jawohl. Direkt wieder 30 Punkte. Wir geben die direkt wieder ab. Machen wir gar keine Faxen. Bam. Platz 1, 65. Zusammen mit dem anderen. Mit einem anderen Spieler. Hier direkt, ne? Okay. Komm schon. Ah, dachte er schandt die runter. Direkt abgreifen können. So. Geh da. Ich seh gar nichts. Mein Fahrzeug hat gepumpt. Nee. Ja, wir kommen so schnell. Punkte ist völlig verrückt. Geh da. Wieder 30 Punkte. Nein, nein, nein. Hier rein. Oh, 145 Punkte hat da schon einer. Shit, Alter. Keine Chance, ey. 45 Sekunden nur noch. Wir haben 95. Ja, aber man will ja auch nicht jedes Mal. Jetzt haben wir wieder relativ schnell 15 Punkte angesammelt. Ah, come on. Fahren wir gegen die scheiß Wand hier. Lass mich hier weg. Wir rein in die Masse. 50 Punkte. Jetzt bunkern. Ja, jetzt bunkern heißt, wir sollen wieder mittig reinfahren. Wenn wir auch dringend tun. Haben wir 145. Komm schon. Ah, 13 Sekunden. Scheiße. Das ist zu wenig Zeit. Ah, komm. Wir haben hier kein Auto. 6. Nee, nee, nee. Hast du vergessen? Das geht nicht. Shit. Na gut, Zweiter sind wir geworden. El fuego. Hier sehen wir es nochmal. Zweiter. 145. Keine Punkte verloren. Keine Übernahmen. Okay. Okay, meine lieben Freunde. Das war Destruction Allstars. Ich denke, wir haben genug von diesem Titel gesehen. Ihr wisst, worum es geht. Wir haben alle Spielmodis einmal angezockt. Das ist eines der PS Plus Spiele im Monat Februar. Wenn euch das Video gefallen hat, wie immer gerne den Daumen nach oben. Dann sehen wir uns auf jeden Fall wieder in einem meiner nächsten Videos. Macht's gut. Bis dahin. Ciao. Und bloß kein Stress. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin.